Ich zeige euch mal hier, wie man Skippy die sprechende Pistole findet. Die ist für den Anfang relativ schnell. Und zwar sind wir hier in der Region von Haywood. Da hier an den Brücken könnt ihr euch dann orientieren, wo der Waffenladen hier ist. Vom Waffenladen aus dann hier diese Nebenmission annehmen. Wir laufen jetzt gemeinsam rüber zu Skippy. Oh, und da sind wir auch schon. Hier liegt Skippy. Wir nehmen die Waffe auf. Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was zum Teufel bist du? So, und hier seht ihr mal die Werte vom Skippy. Daher sage ich, für den Anfang eine sehr nette Waffe, weil im späteren Verlauf gibt es dann doch andere Sachen. Ne, hier die Werte sind ein bisschen höher. Er kann natürlich noch gepimpt werden, aber es ist definitiv nicht die beste Waffe. Aber ich finde, eine der witzigsten auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch geholfen, Skippy zu finden. Viel Spaß damit. Ihr seid ja immer noch da. Ab da her. Video aus. YouTube aus. Alles aus. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.